Das Thema des heutigen Abendvortrags ist Eckehardt erleuchtet? Ein paar von euch kennen ja meinen skurrilen Sinn für Humor und dass ich gern mit Worten spiele. Ich habe also im Vorfeld schon festgestellt, dass einige fest damit rechnen, dass es heute einen Vortrag über Meister Eckehardt gibt. Gar nicht so selbstverständlich. Es gibt ja auch noch einen anderen Eckehardt. Tolle Dammer-Vorträge gibt er auch. Stolze Eintrittspreise kosten seine Vorträge. Aber ich kann euch überwiegen, es geht schon um Meister Eckehardt, den Dominikaner Mönch Mystiker aus dem Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts. Und dann das zweite Wort, erleuchtet. Was soll das heißen, erleuchtet? Also ich meine, erleuchtet ist kein eingetragenes Warenzeichen. Das kann alles Mögliche sein. Es gibt sogar eine Zeitschrift, die heißt, was ist Erleuchtung? Ja, wir schaffen es da jedes Mal, ihr Heft vollzukriegen mit der Frage. Aber das Wort Erwachen, Befreiung, das wir verwenden, ist natürlich genauer definiert. Also das eigentliche Thema des Abends, wobei es natürlich schon zentral um Meister Eckehardt geht, ist, worum geht es eigentlich in der spirituellen Praxis und speziell in der Praxis in der Lehre des Buddha. Also ein, wiederum mal kein historischer Vortrag, auch wenn es vielleicht so zunächst den Anschein hat, es mal ein richtiger Dammar-Vortrag. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich immer gerne über die Dinge spreche, die mir gerade so im Sinn rumgehen, über die ich mich dann mal über einen längeren Zeitraum damit beschäftige. Und Meister Eckehardt, der ist mir ganz am Anfang begegnet, bevor ich Buddhist wurde, in einem Buch von einem japanischen Schriftsteller, Professor Suzuki, der über Mystiker geschrieben hat. Und dann später habe ich seine Schriften gelesen. Und bevor ich auf Turang gegangen bin, hat mir der Remo sein Meister Eckehardt-Buch geliehen. Und das ist immer gut, auf Turang ein Buch dabei zu haben, was man nicht so schnell durchgelesen hat. Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, in den zwei Monaten die 400 Seiten durchzulesen, die das Buch hat, weil es einfach sehr gehaltvoll ist und man da auch nicht so sich das reinziehen kann, wie jetzt irgendwie ein Stephen King Roman oder irgendwie sowas in der Art. Der andere Grund, warum ich mich zur Zeit oder die letzten Monate mit christlicher Mystik beschäftigt habe, hat damit zu tun, dass wir ja versuchen, hier eine spirituelle Tradition zu verwurzeln, hier eine Heimat zu geben. Und da ist es dann schon interessant, inwieweit dieses Land ein Boden ist, eine spirituelle Tradition. Denn die Kirche heutzutage gibt sich ja sehr modern und aufgeschlossen und wissenschaftlich und so Themen, die früher für Christen durchaus Gang und Gäbe und das tägliche Brot waren, dass man über Engel spricht, über arme Seelen, über Gotteserfahrungen, was auch immer. Das ist ja vielen heutzutage schon direkt peinlich, dass sowas da auch in der christlichen Lehre vorkommt. Also von daher kommt es mal ein bisschen trocken rüber. Da liegt dann das Gewicht, was ja auch sehr gut und sehr wichtig ist, oft so auf sozialem Engagement und Werke der Nächstenliebe, aber so dieses Geistestraining, das, was eben die mystischen Traditionen auszeichnet oder eben kontemplative Traditionen auszeichnet, das ist halt im heutigen Christentum nicht so oft zu finden. Es gibt es noch. Es gibt noch zum Beispiel den Karthäuser Orden. Es gibt einen Zweig der Zisterzienser, die kontemplativ leben. Es gibt ein paar orthodoxe Mönche, die sich mit spiritueller Praxis beschäftigen, also mit der Innenschau, das, was Sie jeweils in Ihrem System als höchste Ziele sehen, versuchen auch tatsächlich in sich zu erfahren. Das gibt es noch, aber es ist wirklich sehr wenig geworden. Von daher die Beschäftigung mit der mystischen Tradition des Mittelalters, wirklich sehr interessant, gerade eben auch als Buddhist, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, mit unserem System. Das ist ja ein sehr großer Vorteil der Buddha-Lehre, dass die Dinge, die schwierig auszudrücken sind, ein System haben, wo man sich miteinander unterhalten kann. Da ist eine Terminologie, die ist relativ fest umrissen, zumindest in Pali. Im Deutschen ringen wir noch ein bisschen darum. Aber die christlichen Mystiker hatten immer ein bisschen das Problem, sich ihren Schülern mitzuteilen. Also die Dinge, die über die Worte, über die Sprache hinausgehen, dann mitzuteilen. Da fehlen einem einfach die Worte. Oder wenn dann Worte spontan hochkommen, dann wird das von anderen oft nicht verstanden oder eben missverstanden. Also erleuchtet. Kann ein Nicht-Buddhist überhaupt erleuchtet sein nach buddhistischer Vorstellung? Ich war früher öfter mal bei Ayakema und die war da relativ großzügig. Der hat gesagt, klar, Leute wie Ramana Maharishi oder Nisargadatta Maharaja, die waren erleuchtet, wobei sie auch nicht so genau gesagt hat, was sie dann damit gemeint hat. Allerdings ist der Begriff Erleuchtung, wie ich eingangs schon erwähnte, doch ein etwas sehr undefinierter, vager Begriff. Sogar unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schröder, der hatte angeblich mehrere Erleuchtungen, sogar nach eigenen Bekunden. Also wäre es damalig historisch, was jetzt von fastem Widerspruch in sich selbst ist, möglich, dass Meister Eckehardt ein Arahant war, ein Buddha war. Also schauen wir mal, was die Suttas sagen. Im 115. Es ist unmöglich, es kann nicht geschehen, dass zwei verwirklichte, vollständig Erwachte gleichzeitig in einem Weltsystem erscheinen könnten. Eine solche Möglichkeit besteht nicht. Und das Gleiche gilt auch für Patscheka-Buddhas, wobei gleichzeitig in dem Zusammenhang heißt, solange die Lehre noch da ist, kann ein Samasambuddha, also ein Buddha wie der, der durch diese Statue repräsentiert ist, nicht erscheinen, weil die Lehre noch da ist. Denn er wird ja so definiert, dass ein solcher Buddha erscheint dann, wenn die Lehre nicht mehr da ist. Und er eben einen so hohen Level an spirituellen Fähigkeiten hat, dass er die Lehre wiederentdecken kann. Also wenn es die Lehre noch gibt, gibt es keinen von der Kategorie. Dann gibt es die nächste Stufe drunter, sind die Patscheka-Buddhas. Das sind die, die auch die Lehre aus sich selbst heraus, ohne Anleitungen, als wenn die Lehre in der Dhamma in der Welt verloren gegangen ist, wiederentdecken können, aber nicht den hohen Level haben, es der Welt wiederzugeben. Das scheidet also auch aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Deutschland im ausgehenden Mittelalter war vielleicht ein anderes Weltsystem. Weil wenn der Buddha in Indien erschienen ist, dann kann ja vielleicht Deutschland außen vor gewesen sein. Sozusagen ein anderes Weltsystem. Aber wenn wir so verschiedene andere an Aussagen der Suttas hernehmen, wo zum Beispiel gesagt wird, dass innerhalb eines Weltsystems es Länder gibt, die besser geeignet sind für die Dhamma-Praxis und welche, die schlechter geeignet sind. So die sozusagen die zentralen Länder wird es manchmal genannt und die außenliegenden Länder. Und dass es eben eine Sache von Kammer ist. Also je nachdem, wie gute Ursachen wir geschaffen haben, ob wir in einem Land geboren werden, wo die Lehre zur Verfügung steht oder wo sie nicht zur Verfügung steht. Also wenn wir jetzt heutzutage in Deutschland geboren wären, haben wir sehr gute Möglichkeiten, mit der Lehre in Kontakt zu kommen. Und wenn wir, sagen wir mal, in Iran geboren werden, haben wir vielleicht schlechtere Möglichkeiten. Obwohl es da natürlich auch individuelle Unterschiede gibt. Also es kann natürlich sein, dass der eine oder andere doch die Möglichkeit hat. Aber im Großen und Ganzen sind das diese karmischen Unterschiede innerhalb eines Weltsystems. Also könnte man dann vermutlich Deutschland im Mittelalter eher nicht als ein anderes Weltsystem sagen, sondern es ist ein außenliegender Bezirk. Und es ist ja durchaus möglich, dass die Buddha-Lehre in Deutschland zur Verfügung gestanden hat, in welcher Form auch immer. Denn es bestand ja Austausch. Es war ja auf jeden Fall bis Griechenland, bis Ägypten in den ersten Jahrhunderten des ersten Jahrtausends die buddhistische Mönche unterwegs, die Buddha-Lehre vorhanden. In der Bibliothek von Alexandria sind möglicherweise etliche Bände buddhistischer Literatur verbrannt. Damals, als die große Schatzkammer des Menschheitswissens damals in Flammen aufgegangen ist. Ich weiß nicht genau, wann das war. Also es hat da jedenfalls mal ziemlich heftig gebrannt in dieser Bibliothek. Meister Eckert spricht öfter von heidnischen Meistern oder die anderen Meister oder solche Dinge, sagt er. Und sein Übersetzer, der halt ein Philologe ist, der kann dann auch verschiedene griechische Philosophen vorweisen. Wobei es über meinen Wissensstand hinausgeht, ob die vielleicht buddhistisch beeinflusst waren. Oder ob der sich vielleicht einfach täuscht, dass der Meister Eckert das unter Umständen woanders her hatte. Also die Möglichkeit kann man auch noch mit ins Auge fassen. Dann wollte ich noch ein paar Zitate dazu vorlesen, ob jetzt vielleicht einer dann eben ein Arerhand oder so werden könnte. Oder wenigstens ein Strom eingetretener, ohne mit der Lehre in Kontakt zu kommen. Und die Antwort nach den Lehrreden lautet ziemlich eindeutig Nein. Also gibt es zum Beispiel die kürzere Lehrrede vom Löwenruf, wo der Buddha sagt, nur hier, also in dieser Sassana, in dieser Verkündung, in dieser Lehre, gibt es einen wahren Mönch, nur hier einen zweiten wahren Mönch, nur hier einen dritten wahren Mönch, nur hier einen vierten wahren Mönch. Die Lehren anderer sind leer von wahren Mönchen. Auf jene Weise, ihr Mönche, solltet ihr zu Recht den Löwenruf ertönen lassen. Also Löwenruf ist eine Äußerung mit einer guten Portion Selbstbewusstsein. Und der erste, zweite, dritte, vierte wahre Mönch sind natürlich die vier Stufen des Erwachens. Der Strom eingetretene, einmal Wiederkehrer, nicht Wiederkehrer und der Arerhand. Anderes Beispiel. Die Wanderasketen anderer Sekten sollten befragt werden. Was ist die Befriedigung, die Gefahr, das Entkommen im Fall der Sinnesvergnügen? Die Befriedigung, die Gefahr, Entkommen im Fall von materieller Form, im Fall von Gefühlen. Wenn sie so befragt werden, werden sie nicht in der Lage sein, darüber Rechenschaft abzulegen. Und darüber hinaus werden sie in Schwierigkeiten geraten. Warum ist das so? Weil das nicht ihr Fach ist. Ich sehe keinen in dieser Welt, der das Herz mit einer Antwort auf diese Frage zufriedenstellen könnte, außer dem Tathagata, so hat der Buddha sich selber genannt, oder seinen Schülern oder einem, der es von ihnen gelernt hat. Die Kosambia-Lehrrede, wo der Buddha sechs Eigenschaften auflistet, die zum Nichtstreiten führen. Und er sagt, von diesen sechs bemerkenswerten Eigenschaften ist die höchste, die umfassendste, die maßgeblichste, die an sich, die edel und zur Befreiung führend ist. Also richtige Ansicht. Und denjenigen, der in Übereinstimmung mit ihr praktiziert, zur völligen Vernichtung des Leidens führt. Und das ist natürlich ein Merkmal für einen stromeingetretenen Aufwärts, diese edle, richtige Ansicht zu haben. Und Bestandteil dieser edlen Ansicht kommt etwas weiter unten in der Lehrrede. Da erwägt ein edler Schüler, also der diese Ansicht hat, gibt es irgendeinen anderen Mönch oder Brahmanen außerhalb der Lehre des Buddha, der eine Ansicht besitzt, wie ich sie besitze? Und er versteht, es gibt keinen anderen Mönch oder Brahmanen außerhalb der Lehre des Buddha, der eine Ansicht besitzt, wie ich sie besitze. Dies ist das dritte Wissen, das von ihm erlangt wird, das edel, überwältig ist und nicht von Weltlingen geteilt wird. Es gibt übrigens ein sehr schönes Buch von Helmut Hecker, der sich da ausführlich mit der Lehrrede beschäftigt und die analysiert, also die Eigenschaften eines stromeingetretenen. So, das war jetzt ein kleiner Dhamma-historischer Exkurs. Das ist natürlich ein bisschen, habt ihr gemerkt, es ist schwierig, etwas, was zeitlos ist wie Dhamma, mit solchen historischen Kategorien zu erfassen. Und führt natürlich zwar keiner befriedigende Antwort, ist jetzt Meister Eckhardt erleuchtet oder nicht, sondern wir müssen halt schauen, was er selber gesagt hat, also diese interne Beweisführung von seinem Werk ausgehend. Dennoch möchte ich, bevor ich damit anfange, ein bisschen Historie einflechten, nämlich was über sein Leben erzählen. Ganz kurz nur. Er wurde ungefähr 1260 geboren, man weiß es nicht so ganz genau, und zwar in der Nähe von Gotha in Thüringen, also gar nicht so weit von hier. Und zwar in einem Rittergeschlecht. Da haben wir eine Parallele zum Buddha, der war ja auch aus der Kriegerkaste. Und es gibt ja auch viele Praktizierende, die aus Soldatenfamilien stammen, also wo dieses, ja, die Bereitschaft, sich zu opfern im Kampf, wenn die dann eine Wendung bekommt, eben den Kampf gegen die Chilesers, gegen die eigenen Unzulänglichkeiten zu führen, da hat es dann halt einen anderen Stellenwert. Aber diese, das Bild des spirituellen Kriegers, das ist ja in vielen, bei vielen Lehrern und vielen Lehren kommt das ja vor. Und er wurde in einer Zeit der Krise geboren, gesellschaftliche Umwälzungen. Die Zeit des Mittelalters ging zu Ende. Die Feudalherren mit ihren Rittern und so weiter wurden ersetzt in Heere. Also das Soldatentum hat dann das Rittertum ersetzt mit den entsprechenden gesellschaftlichen Umwälzungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Und da haben wir noch eine Parallele zum Buddha, weil er ja auch in so einer Zeit aufgetaucht ist, als eine Krise in der Gesellschaft war. Es war auch eine spirituelle Krise. In Indien damals dieses verknöcherte, verkrustete Brahmanentum, die also den Opferkult praktisch zu einer spirituellen Versteinerung geführt hat und dann in dieser Bewegung der Samanas, die also aus diesem System ausgebrochen sind, geführt hat. Und genauso war das zur Zeit von Meister Eckhardt auch, als eben im Christentum der Mönchsorden in der Scholastik erstarrt ist und dann mehr oder weniger nach der Mystik gerufen hat. Das fing dann allerdings schon ein paar Jahre vor seiner Zeit an. Er hat Karriere gemacht bereits in jungen Jahren als Dominikanermönch. Sie haben ein Führungstalent schon früh bei ihm erkannt und seine Sprachgewalt als Lehrer haben sie ihn dann, also der Orden, dann 1300 nach Paris zum Studium geschickt und das er zwei Jahre später dann schon mit dem Magister abgeschlossen hat. Und danach haben sie ihn erst mal in die Ordensadministration geschickt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird wohl so eine Art Chef gewesen sein. Provinzial in Sachsen, Generalvikar in Böhmen. Gut, dann haben sie 1310, hat er einen Lehrstuhl in Paris innegehabt. 1314 wurde er Leiter des Konvents in Straßburg und da fing dann seine Karriere an als Prediger, wo dann seine mystischen Schriften entstanden sind. Da hat er wohl halt auch das entsprechende Erleben dazu gehabt. 1320 wurde er auf einen Lehrstuhl nach Köln gerufen und da nahm das Verhängnis langsam seinen Lauf. Da gab es nämlich einen Erzgeschoff, der sechs Jahre später dann das Inquisitionsverfahren wegen Ketzerei gegen ihn eröffnet hat, weil das, was er so erzählt hat, wohl nicht so ganz in Einklang zu bringen war mit dem, was die Amtskirche sich so vorgestellt hat, wie das Christentum zu sein hat. 1327 ist er nach Avignon gefahren, um sich dort beim Papst selber zu rechtfertigen. Der saß damals nicht in Rom, sondern in Avignon. Also ich habe jetzt genau nicht mehr im Kopf, warum das so war. Ich kann mich so vage erinnern, dass da irgendwas... Also der war in Avignon in Frankreich. Und 1329 wurde er dann eben wegen Ketzerei verurteilt. Angeblich schon tot, sagt die Verurteilungsschrift. Also er ist angeblich vorher gestorben. Was ein bisschen komisch daran ist, ist, dass sie, weil er ja auch angeblich widerrufen hat vor seinem Tode, dass sie das nicht an die große Glocke gehängt haben und auch die Leiche nicht vorweisen konnten. Also es gibt Leute, die der Meinung sind, darunter auch ich, dass er sich vielleicht aus dem Staub gemacht hat, hat gesagt, macht ihr euer Ding alleine und hat dann eben seine spirituelle Höhe vielleicht noch in einem ruhigen Kloster in Südfrankreich, wo es nicht gerade so kalt war wie in Deutschland, zu Ende gebracht. Das ist halt so ein bisschen eine romantische Vorstellung, wir wissen es nicht. Also keiner weiß es genau, wann er gestorben ist. Er ist jedenfalls nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet. Das steht fest. So, bevor wir Meister Eckhardt im Licht der Buddha-Lehre betrachten, möchte ich vorweg sagen, dass natürlich seine Terminologie christlich ist. Also wenn wir versuchen, ihn zu verstehen, müssen wir unseren Geist ein bisschen weit machen und uns nicht so an einzelne Worte klammern und natürlich auch immer im Gedächtnis behalten, dass ein Mystiker zu der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer gespielt hat. Also die mussten ein bisschen vorsichtig sein, die Leute. Dann, worauf ich noch kurz eingehen wollte, ist, dass er als, nicht nur von seinem Übersetzer dieses Buchs hier, als spekulativer Mystiker bezeichnet wird. Auch in anderen gelehrten Werken gilt er als spekulativer Mystiker. Also ich weiß jetzt nicht, was in der Religionswissenschaft oder Anthropologie oder was auch immer das für ein Fachbegriff ist, was da spekulativ bedeuten soll. Also nach meinem normalen Sprachverständnis verstehe ich unter spekulativ drunter, da hat sich was ausgedacht. Aber wenn man seine Werke liest, dann kommt man sehr schnell zu der Überzeugung, dass der sich das nicht ausgedacht hat, sondern dass der einfach nur Dinge in Worte gefasst hat, die er tatsächlich selber erlebt hat. Da kann man natürlich einem Wissenschaftler jetzt keinen Vorwurf machen, dass der das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil der hat halt nicht diesen meditativen Background. Und das wollte ich noch mal kurz vorweg geschickt haben. Und das erklärt natürlich auch, warum Meister Eckhardt unter Buddhisten wesentlich mehr Interesse findet als jetzt unter christlichen Kreisen. Der war also im Christentum mehr oder weniger bis vor 100 Jahren ziemlich verschollen, mehr oder weniger. Und da sind also, ja, Buddhisten können mit ihrem System, das, was er gesagt hat, irgendwie besser, findet da besser seinen Platz, kann man mehr mit anfangen. Also von daher, ich finde das nicht verwunderlich, weil bei der buddhistischen Praxis halt Meditation dazugehört. Und jeder irgendwie Erfahrungen damit sammelt, wie gering das auch sein mag. Auf jeden Fall, jeder hat Erfahrungen damit, wie es ist, wenn die Gedanken mal ein klein wenig zur Ruhe kommen, wie das ist, wenn man liebende Güte in sich entfaltet und solche Dinge. Etwas anderes ist mir auch aufgefallen, nämlich, dass Meister Eckhardt nicht die Einzelstellung hat, die ihm von manchen Autoren zugeschrieben wird. Er war von dem, was uns schriftlich überliefert ist, mit Sicherheit der Brillanteste. Aber das heißt ja noch nicht so sehr viel, weil er einmal gut reden und schreiben konnte, das ist ja bekannt. Und zweitens, Mystiker vielleicht nicht immer was geschrieben haben oder gesagt haben, sondern vielleicht ihren Mund gehalten haben. Oder dritte Möglichkeit, dass die vielleicht was geschrieben haben und das wurde dann vielleicht zum Anzünden des Scheiterhaufens gleich mitverwendet. Dass die Bücher ja mitverbrannt wurden mit den Leuten. Also die Möglichkeiten müssen wir auch noch im Auge behalten. Und dann habe ich auch ein bisschen mal rumgeschaut und dann so Zitate gefunden. Weil es gibt da diesen Begriff der Jubelmystik. Also das ist eine Mystik, die sich auf Visionen gründet. Engel erscheinen einem, himmlische Paläste, Jesus als Bräutigam, solche Dinge. Die Heiligen wandern vorbei, Lichterscheinungen, körperliche Verzückung, Entrückung, solche Dinge. Er wird also als Jubelmystik bezeichnet. Und auch bei Meister Eckhardt finden wir dieses. Zwar nicht so sehr viel und mehr auch in seinen frühen Werken. Aber er hat das wohl auch so als eine Art Durchgangsphase gehabt. Und es gibt eben andere Mystiker, die auch über diese Jubelfase deutlich hinausgehen und Aussagen haben, die dem von Meister Eckhardt durchaus ähnlich sind. Damit fange ich jetzt mal an. Indem der Mensch die allerwahrste Erkenntnis des eigenen Nichts erlangt, wird er vergottet und eins mit Gott. Sein demütiges Versinken ins Nichts ist zugleich ein Aufstieg. Denn Höhe und Tiefe ist hier ein und dasselbe. Der Mensch ist ein geschaffener Abgrund. Gott ist ein ungeschaffener Abgrund. Die beiden rufen sich gegenseitig herbei. Und dann versinkt das geschaffene Nichts in das ungeschaffene Nichts. Das ist also nicht von Meister Eckhardt, obwohl der eben auch solche Dinge über das Wesen, das Dasein, tiefste Aussagen über den Grund des Seins getroffen hat. Ähnlich von der Qualität wie das. Aber der Text war jetzt von Johannes Tauler, der ein bisschen nach Meister Eckhardt gelebt hat und auch sein Schüler war. Das muss man dazu sagen. Also von daher ist das jetzt nicht so verwunderlich. Johannes Tauler, nur als kleine Nebenbemerkung, hat eine Sonderstellung unter den Mystikern. Er war einer der wenigen, die nie der Ketzerei angeklagt waren. Bei noch einem anderen schönen Text. Die Rückkehr zu Gott ist das höchste Anliegen der Seele, dass durch die Erkenntnis, die Seele sei nichts, gestillt werden kann. Die Seele bekommt durch diese Erkenntnis Zugang zum Alles, Zugang zu Gott. Die dadurch vernichtete einsame Seele wird zur befreiten Seele und benötigt keine Gebete, Sakramente oder Tugenden mehr. Denn sie hat alles und handelt aus dieser Gewissheit heraus. Das stammt aus einem Buch mit dem Titel »Spiegel der einfachen Seelen« von Margareta Porete. »Etwa ein bisschen vor Meister Ecke hat geboren, gestorben am 1. Juni 1310 vor den Toren von Paris auf dem Scheiterhaufen. Also die hat sich nicht nur geweigert, das zu widerrufen, die hat sich auch geweigert, überhaupt eine Stellung dazu zu nehmen. Da haben sie es halt verbrannt. Und dann gibt es noch eine Lehre. »Alles ist eines und alles, was ist, ist Gott. Somit ist jeder einzelne Mensch Gott. Daher sind Taufe und Buße unnötig. Es kommt nur auf diese Erkenntnis an. Gott bewirkt alles in allem, verursacht also auch Gut und Böse. Daher gibt es für den, der das begriffen hat, keine Sünde. Die Erkenntnis dieser Wahrheit ist die wirkliche Auferstehung. Eine andere ist nicht zu erwarten. Wer diese Wahrheit erkannt hat, lebt bereits im Paradies. Und die Hölle ist nichts anderes als Unwissenheit. Und diese Lehre stammt von Amalrich von Bena. Der war auch vor Meister Eckhardt gestorben, 1206. Nach seinem Tod als Ketzer verurteilt. Ähnliches Material finden wir bei Mechthild von Magdeburg. Auch vor Meister Eckhardt. Das Buch hat auch einen schönen Titel. »Das fließende Licht der Gottheit«. Das erinnert mich so an so ein Buch aus dem japanischen Zen. »Der Nebel, Mond der Erleuchtung«. Das hat so ein bisschen was. Dann ein Mystiker. »Bonaventura«, »Vier Stufen zu Gott«. »Heinrich Seuse«. Den haben sie auch der Ketzerei angeklagt. »Suster Hadewig«. Und wie schon gesagt, bei Meister Eckhardt gibt es auch die Jubelmystik. »Gottessen, Jesus als Bräutigamverzückung«. So im Stil von Margareta Ebner. So mit persönlichen Visionen war ihm Gottanträgen als Person begegnet. So, aber jetzt zum Meister selbst. Und die Fragen, anhand derer ich seine Lehre so ein bisschen beleuchten möchte, ist bei ihm die vier edlen Wahrheiten zu finden. Ist bei ihm der edle achtfache Pfad zu finden. Ist bei ihm Sila Samadhi Panya, die dreifache Übung zu finden. Und möchte natürlich schon sagen, dass das fiktiv ist, was ich jetzt sage. Weil ich weiß es ja auch nicht, ob der nun erleuchtet war oder nicht. Aber eins der Lieblingshobbys der Menschheit ist, über Dinge zu reden, von denen man keine Ahnung hat. Also möchte ich da meinen Beitrag auch dazu leisten. Es geht im Grunde darum, unser eigenes Verständnis von der Buddha-Lehre zu überprüfen. Zu überprüfen, worum geht es eigentlich. Und da kann also die Auseinandersetzung mit anderen Religionen, jetzt nicht nur Meister Eckhardt, nicht nur christliche Mystik, unter Umständen Klarheit schaffen und durchaus fruchtbar sein. Fangen wir mit der Ethik an. Vor kurzem habe ich erst gesagt, die Grundvoraussetzung für jede wahre spirituelle Praxis ist so etwas wie Anerkennung der Verantwortung für das eigene Tun. Dafür, dass wir, was wir mit Taten, Worten und Gedanken in die Welt hinausbringen, dass das Folgen hat, die auf uns auch wieder zurückkommen, also diese Kammer sozusagen, dann könntet ihr jetzt noch sagen, das ist ja irgendwie selbstverständlich, aber nicht unbedingt. Also so etwas wie Erlösergedanke, dass jemand vor uns am Kreuz stirbt und dadurch meine Sünden abgewaschen werden, ist nach dieser Vorstellung, die der Buddha gesagt hat, wir sind verantwortlich für unser Tun, mit Schaditti, also falsche Ansicht. Und der Buddha hat ganz klar gesagt, falsche Ansicht ist das, was einen in die Hölle ziehen kann, das, was die Grundlage jeglichen Übels ist und so weiter. Er hat da ziemlich harte Worte dafür gefunden. Kommt natürlich darauf an, wie sehr man dieser falschen Ansicht nachhängt. Aber wenn jemand anders mir die Folgen meiner üblen Taten abnimmt, dann kann ich schon sagen, naja, dann schaue ich, dass mich die Polizei nicht erwischt und dann kann ich mal so richtig ordentlich die Sau rauslassen. In letzter Konsequenz. Zum Glück ist jetzt nicht jeder, der sich zum Christentum bekennt, der sich also zu dieser Idee so mit Haut und Haaren verschrieben hat. Also mein Vater zum Beispiel, der ist also durchaus engagierter und bekennender Christ. Also der hat als entschiedener Gegner dieser Vorstellung, dass man die Sau rauslassen kann. Also für den sind die zehn Gebote durchaus ein Maßstab für den eigenen inneren spirituellen Fortschritt. Und es überrascht vermutlich nicht, dass wir also auch bei Meister Eckhardt die Bejahung der Wichtigkeit guten Handelns finden. Wie ich schon öfter gesagt habe, wenn man von Gleichheit spricht, so meint man damit nicht, dass man alle Werke als gleich erachten solle oder alle Städten oder alle Leute. Das wäre gar unrichtig, denn Beten ist ein besseres Werk als Spinnen und die Kirche eine würdigere Städte als die Straße. Du sollst jedoch in allen Werken ein gleichbleibendes Gemüt haben und ein gleichmäßiges Vertrauen in eine gleichmäßige Liebe zu deinem Gott und einen gleichbleibenden Ernst. Liebe zur Tugend ist eine Blume und eine Zierde und eine Mutter aller Tugenden und aller Vollkommenheit und aller Seligkeit, denn sie ist Gott, da Gott die Frucht der Tugenden ist. Also hier haben wir auch Tugend, Ethik als Voraussetzung, das was er als Gott bezeichnet, da kommen wir später noch dazu. ist die Frucht davon. Schmetter Auch ein sehr schönes Zitat, gleiche Predigt Liebe aber hat kein Warum. Hätte ich einen Freund und liebte ich ihn darum, daß mir Gutes von ihm geschähe und mein voller Wille, so liebte ich nicht meinen Freund, sondern mich selbst. Ich soll meinen Freund lieben um seiner eigenen Güte und um seiner eigenen Tugend und um all dessen Willen, was er in sich selbst ist. Dann erst liebe ich meinen Freund recht, wenn ich ihn so, wie eben gesagt wurde, liebe. Jetzt kommt das Aber, denn wir finden bei ihm das öfter mal so Aussagen, wie Gutes mit Absicht zu tun, ist schlecht. Also er hat zum Beispiel dieses Gleichnis, wie Jesus die Kaufleute aus dem Tempel jagt, so interpretiert. Alle die sind Kaufleute, die sich hüten vor groben Sünden und wären gern gute Leute und tun ihre guten Werke Gott zu ehren, wie Fasten, Wachen, Beten und was es dergleichen gibt, allerhand gute Werke. Und tun sie doch darum, daß ihnen unser Herr etwas dafür gebe oder daß ihnen Gott etwas dafür tue, was ihnen lieb wäre. Dies sind alles Kaufleute. Bei solchem Handel mit unserem Herrn sind sie betrogen. Dann sagt er, die sollten ja auch die Tauben rausbringen. Ich habe auch gesagt, dass unser Herr zu den Leuten sprach, die da Taubenfeil hielten, schafft dies hinweg, tut dies fort. Diese Leute trieb er nicht hinaus, noch schallt er sie sehr, sondern er sprach gar gütlich, schafft dies hinweg. Als hätte er sagen wollen, dies ist zwar nicht böse, und doch bringt es Hindernis für die lautere Wahrheit. Diese Leute, das sind alles gute Leute, die ihre Werke rein nur um Gottes Willen tun und es ihren Nichts darin suchen. Und die sie doch mit Bindung an das eigene Ich, an Zeit und Zahl, an Vor- und Nachtun. In diesen Werken sind sie gehindert an der Erreichung der allerbesten Wahrheit. Das klingt so ein klein bisschen wie das Gleichnis vom Floß. Also Dhamma ist dazu da für die Überfahrt und dann soll man es loslassen. Also es ist nicht dazu da, dass man sich daran festhält. Allerdings haben wir auch Lehrreden wie Sankarupapati Sutta, wo es also schon heißt, dass man das Gute tun, die gute Entwicklung, die den spirituellen Fortschritt durchaus mit einer Absicht tun soll. Und da geht es los mit Wiedergeburt in einer reichen Familie. Das ist ein legitimes Ziel im Buddhismus. Natürlich ein niedrigeres Ziel im Vergleich zu Wiedergeburt in den Himmelsbereichen oder Nibbana. Aber der Buddha hat das nicht getadert. Also er hat gesagt, wenn ihr Gutes tut und euch kein Ziel setzt, dann diffundiert die Energie sozusagen, die heilsame, der Schwung, das Moment diffundiert, wenn es nicht eine bestimmte Richtung hat. Und natürlich gibt es da eben unterschiedlich wertvolle Ziele, aber der Buddha empfiehlt durchaus, sich ein Ziel zu setzen, nicht Gutes zu tun ohne Warum. Und dann natürlich, er lehrt ein graduelles Training. Er lehrt die Läuterung der Ethik als Trittstufe für höhere Dinge. Aber ohne das geht es nicht. Man kann sicherlich, Meister Ecker hat keinen Vorwurf machen, dass er jetzt ein unethischer Mensch gewesen wäre. Aber diese Klarheit, wie in den Suttas, dass Ethik dafür da ist, dass es anschließend weitergeht, finden wir, also habe ich bei ihm so nicht gefunden. Es ist schon richtig, dass es darum geht, Gut und Böse irgendwann zu transzendieren. Aber im Sinne von loslassen, nicht im Sinne von spielt keine Rolle oder muss ich nicht mehr machen oder so. Ganz im Gegenteil. Gerade wenn jemand Dama gesehen hat, wenn jemand die Wahrheit gesehen hat, dann ist er wie ein junges, zartes Kleinkind, das unbeholfen da liegt und sofort zurückzuckt, wenn es mit der Hand oder dem Fuß glühende Kohle berührt. Ebenso ist dies der Charakter einer Person, die richtige Ansicht besitzt. Obwohl er möglicherweise einen Regelverstoß von der Art begehen mag, für die eine Maßnahme der Rehabilitation festgelegt wurde, bekennt, enthüllt er diesen, deckt ihn unverzüglich auf, gegenüber dem Lehrer oder gegenüber weisen Gefährten im heiligen Leben und nachdem er das getan hat, übt er sich in Zurückhaltung für die Zukunft. Dies ist der Charakter einer Person, die richtige Ansicht besitzt. Lumpumann aus der Waldtradition, was sagt er dazu? Völlig gleich nur, ob arm oder reich an Gewinnen, außen wie innen. Gut und Böse muss völlig zerrennen. Ohne ergreifen geht es nicht mehr der Erwartung hinterher. Also die Betonung liegt auf ergreifen. Gut und Böse ist etwas, was man sich nicht daran festhalten soll, aber es trotzdem zu tun. Das Herz ist kühl wegen der Freiheit vom Gefühl nach einem Ich, einem Selbst suchen zu müssen. Es kann den Anfangsgeist im Hier und Jetzt wissen, sich lösen von allem, was verwirrt, entsetzt. Dem Guten und Bösen gilt keine Sorge, auch keine Subtile. Chaos erlischt, es herrscht Stille. Das soll jetzt mal genügen zum Thema Ethik, weil Meister Eckhardt, also der größte Teil seines Werkes, geht um das Geistestraining, also um Samadhi. Ich will mal vielleicht ganz kurz einen Abriss über die fortlaufenden Stufen der Geistessammlung geben, wie es in der, also sozusagen unser Raster, unser Bezugssystem, unser Koordinatensystem in der Buddha-Lehre. Wir haben die Sinnesphäre, das Sinneserleben, dieses Hier und Jetzt, der ständige Wechsel, die Gedanken, die Konzepte, die unsere normale Alltagswelt ausmachen. Getrieben von Mögen und Nichtmögen, heiß und kalt, hier und dort, gestern und morgen. Und dann bringen wir den Geist ins Hier und ins Jetzt. Samadhi ist die Richtung nach innen. Es gibt viele Arten von Samadhi, hatten wir, glaube ich, letzten Samstag erst drüber gesprochen. Es gibt, genau, es macht den Geist weit oder geht nach innen. Und der Buddha spricht auch tatsächlich, nein, nicht der Buddha, ich glaube, Anuruda war das, der spricht in einer Lehre davon, von zwei Arten von Gemütsbefreiung. Die eine, die großgewordene oder erhabene und die andere, die unermessliche. Und die unermessliche geht erst in die Weite und dann in die Tiefe und die erhabene oder großgewordene geht erst in die Tiefe und dann in die Weite. Aber letztendlich ist es alles eine Abwendung von den 10.000 Dingen hin zu einem Ding. Die erste Stufe, die man feststellen kann, ist, wenn die Hindernisse zur Ruhe kommen, aber noch keine volle Einung eingetreten ist. Die wird oft zwar kein kanonischer Begriff, aber einer von den Kommentarien, die ich für sinnvoll halte, Nachbarschafts- oder angrenzende Sammlungen, und das ist eben das Stadium, wo der Geist bereits so viel oder das Herz bereits so viel Kraft gewonnen hat, dass es mit Bildern eine unheimliche Wucht erzeugen kann. Das ist die Phase, in der Visionen auftreten können. Das ist die Phase, wo auch Einsicht stattfinden kann, wenn die richtige Ansicht vorhanden ist. Das ist die Phase, wo die Jubelmystik ihren Ursprung hat. dann kommt die Vertiefungen, wo die Trennung zwischen Subjekt und Objekt aufgehoben ist, eine Einheit da ist, wo nur noch ein Objekt ist, wo noch ein Sinnesobjekt sozusagen eingefroren zum Erleben wird, was dann den gesamten Erlebenshorizont einnimmt. Aber in diesem Erleben steckt immer noch eine Abgrenzung drin, nämlich alles, was Form hat, hat eine Dimension, sozusagen der Ort des Erlebens. Unheimlich oft höre ich in Gesprächen, in Interviews, ja, und dann habe ich meditiert und dann ist plötzlich der Körper verschwunden. Und ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ich glaube das immer nicht. Denn was ist denn der Körper? Wenn wir natürlich den Körper ein Konzept davon haben, sagen, gut, der Körper, das ist meine und das ist mein Hintern, dann kann es schon sein, dass das verschwindet. Also das kann nicht nur sein, es wird mit Sicherheit verschwinden, aber es wird halt durch ein anderes hier, durch einen anderen Ort des Erlebens ersetzt werden. Also dafür muss man nicht mal ein Buddha sein oder ein edler Schüler, das haben sogar unsere besseren Philosophen festgestellt, dass das Erleben einen Ort haben muss, drei Dimensionen also solange egal wie toll mein Erleben ist, solange ich noch also jetzt nicht denke oder formuliere, sondern das Erleben habe, ich bin hier und erlebe das Weltall oder was auch immer, solange ist der Körper noch vorhanden. Der Körper, das Wort Kaya bedeutet eigentlich eine Anhäufung, das ist die Anhäufung aller unserer Daten, die uns zur Verfügung stehen, um unseren Platz im Erleben festzustellen, unser Koordinatensystem. Das wird natürlich sich ändern. Die erste Stufe ist, dass die groben Empfindungen wegfallen, da sind keine Knochen mehr zu spüren, da tut nichts mehr weh, da ist vielleicht nur noch eine Wolke von Piti, die keinen Umriss hat, aber das ist immer noch der Körper. Der Fleischklops, der ist weg, aber der Fleischklops heißt auf Pali Sarera oder Leichnam wird auch manchmal bezeichnet, das ist auch nicht damit gemeint. Das ist nur eine kleine Nebenbemerkung und jetzt in den formlosen Bereichen, das ist jetzt Spekulation von mir, weil ich das, also das ist jenseits meines Erlebens, aber ich gehe jetzt auf die, was in den Schriften steht, da heißt die Widerstandswahrnehmung hört auf, die Vielheitswahrnehmung hört auf und das Erleben tritt ein, Raum ist unendlich. Ist klar, also alles, was die Sinne triggert, habe ich bei dem Vortrag über Nama Rupa gesagt, das ist, man könnte sagen, Materie, auch wenn es nicht so ganz stimmt, also dieses Konzept ist nicht so ganz deckungsgleich mit dem, was der Buddha mit Rupa bezeichnet, aber das ist eine Begrenzung, auch in den Vertiefungen, wenn wirklich ein Objekt unseren gesamten Erlebenshorizont einnimmt, wenn unser ganzes Universum aus einem Objekt besteht, ist immer noch eine Grenze da, nämlich die Grenze von Dies, und wenn das aufhört, dann ist nur noch Raum, ist unendlich da, und wenn kein Dies mehr da ist, dann ist das sozusagen das Erleben, das Urgrund des Seins, könnte man sagen, auch wenn natürlich Bewusstsein immer ein Objekt haben muss, aber das Objekt ist nicht mehr an irgendeine Form gebunden, nicht mehr an irgendeine Objektqualität gebunden, und das ist das, was die Hindu-Mustiker bezeichnen mit, das bist du, Samadhi, Tattwangasi, Samadhi. Das finden wir meines Erachtens, und das werde ich jetzt mit ein paar Beispielen versuchen zu erhärten, finden wir bei Meister Eckhart, das finden wir auch bei Mystikern anderer Traditionen, dieses Jenseits von Eigenschaften sein. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zum Zeiterleben. Ihr habt sicherlich alle, jeder, der ein bisschen meditiert hat, weiß, wenn der Geist zur Ruhe gekommen ist, ist eine Stunde rum im Nu. Wenn der Geist sehr unruhig ist, Viertelstunde wie eine Ewigkeit, zieht sich wie Kaugum Wir glauben immer, der Sekundenpendel, das ist irgendwie eine objektive Zeit. Das ist es auch nicht. Das ist nur eine Wahrnehmung von Materie, mit der wir dann halt versuchen, eine Übereinkunft mit anderen Menschen zu treffen, dass wir eben alle um 6 Uhr zum Morgen Chanting da sind, und der andere nicht sagt, naja, meine Subjektivität war ganz anders, kommt dann um 8 oder so. Aber das subjektive Erleben, wenn die Gedanken aufhören, kommt es uns so vor, als ob wir die Ewigkeit berühren. Und trotzdem haben wir ein Zeitempfinden, weil da eben andere Dinge an die Stelle der Gedanken als Taktgeber treten. In der ersten Vertiefung ist das Vithaka Vichara, ein Hingehen zum Meditationsobjekt, ein Dranbleiben und dann wieder ein bisschen lockerlassen und dann wieder Drangehen, das hat so eine eigene Schwingung. Und das ist neutral gesagt in der Vertiefung das sogenannte Vertiefungsglied, das Hauptcharakteristikum, von der niedrigeren Stufe des Sinneserlebens her betrachtet, das ist die Ewigkeit, Kontakt mit der Ewigkeit. Von höherer Warte betrachtet, es ist eine Störung. Gibt es Lehren, wo der Buddha sagt, das ist die Störung. Genau diese Vibration ist die Störung. In der zweiten Vertiefung ist dieses nicht mehr da, da ist ein völliges ruhende Objekt da. Da kommt dann Piti, diese Verzückung, dieses himmlische Erleben, dieses kann man mit Worten gar nicht beschreiben, gibt es im Sinneserleben kein Glückserleben dieser Art, hat auch eine gewisse Vibration und so weiter. Aber die wird immer langsamer, immer länger, deswegen je tiefer das Samadhi, desto länger dauern diese Zustände an. Diese geschilderten Geisteszustände im Samadhi haben ihre Parallelen in den Daseinsbereichen nach der buddhistischen Kosmologie. Wir haben also die unteren Himmelsbereiche, das sind so das, was man in unserer Ausdrucksweise als Elfen oder Feen oder Kobolde oder sowas bezeichnen könnte, gute Geister, da ist die karmische Ursache dafür einfach gutes Handeln, Liebe, Großzügigkeit, sowas in der Art und es gibt aber höhere Bereiche, wo die karmische Voraussetzung ist, dass wir unseren Geist entsprechend geschult haben. Also zum Beispiel in der meditativen Vertiefung sterben, ist man ein guter Kandidat dafür oder es einfach oft praktiziert haben, um in solchen Daseinsbereichen dementsprechend wiedergeboren zu werden. Und die Lebensspannen dort sind sehr lang. Je tiefer die Vertiefung, desto länger geht es zu 84.000 Äone, also zum Beispiel. Was ist jetzt mit Gott, wenn wir die Ewigkeit berühren, aber trotzdem immer noch das Gefühl haben, wir brauchen jemanden, der uns anschaut, ein Gegenüber, ein Du, einen Gott eben. Und wenn wir uns anschauen, wie der Buddha mit Andersfertigen, mit Leuten anderer Auffassungen kommuniziert hat, die haben ganz unterschiedliche Auffassungen gehabt von Gott. Da gab es welche, für die waren eben diese unteren Himmelsbereiche, die Wesen, die da gelebt haben, Gott. Dann die, die ein bisschen weiter waren, die Pramanen, für die war dann Brahma, Gott, das ist ein Wesen, was so lang lebt wie das Universum und was dessen Geisteszustand von grenzenloser Liebe zum ganzen Universum geprägt ist und ein Wesen, was keine Unterscheidungen mehr trifft zwischen sich selbst und anderen und wir haben allerdings auch Unterhaltungen des Buddha mit Wesen aus mit Andersfertigen, die die zweite, dritte Vertiefung praktiziert haben und gesagt, das ist der Glanz der Seele, das ist Gott, das ist das höchste Ziel. Was je nachdem, wie weit die in ihrer jeweiligen Praxis fortgeschritten sind, andere Maßstäbe angelegt. Vielleicht noch die, bevor ich zu den Zitaten komme, hat Meister Ikahat Samadhi geübt, in dem Sinne, wie wir stundenlang hinsetzen und es zur Ruhe bringen. Es gibt wenige Hinweise in seinen Schriften. Er spricht vom stille sitzen, wir können davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich aus früheren Leben ordentlich was mitgebracht hat, also dass ihm das ziemlich leicht gefallen ist, dass er nicht so viel davon gebraucht hat, aber zu der Zeit war auch eine Hochzeit des sogenannten Herzensgebets, was in der orthodoxen Kirche heute noch gepflegt wird, war damals sehr weit verbreitet, da haben die Leute innerlich Bibelferse zum Beispiel rezitiert, Jesus Christus erbarme dich meiner oder erbarme dich unser, das war so eines der populärsten Herzensgebete, die haben das ständig wiederholt, innerlich wiederholt, kommt der Geist auch zur Ruhe. Kürzeste Herzensgebet, was ich bei Wikipedia gefunden habe, Jesus, beim Einatmen Je, beim Ausatmen Sus. Kommt das jemandem bekannt vor? Und dann etwas, was wir im Buddhismus also jedenfalls in unserer Tradition nicht haben, ist also dieses Parikammer-Wort, wie wir sagen, nicht an die Atmung binden, sondern an einen Herzschlag. Bei jedem Herzschlag Jesus, Jesus, sich des Herzschlags bewusst werden. Da bin ich auf der Website von dem Deutsch-Orthodox mal rumgesurft, die haben da ein Kloster da oben, wo der Dietmar wohnt in der Gegend, die fangen dann früh um vier, wenn die aufwachen, fangen die gleich mit dem Herzensgebet an. Also die sind ständig irgendwie so mit der Übung der Sammlung beschäftigt. Und wir können davon ausgehen, dass das eben im Mittelalter viel weiter verbreitet war. Die Seele wird im Körper geläutert, auf das was sie sammle, was zerstreut und herausgetragen ist. Wenn das, was die fünf Sinne hinaustragen, wieder in die Seele hereinkommt, so hat sie eine Kraft, in der alles eins wird. Zum anderen wird die Seele geläutert in der Übung der Tugenden, das heißt, wenn die Seele hinaufklimmt in ein Leben, das geeint ist. Darin liegt der Seele Lauterkeit, dass sie geläutert ist von einem Leben, das geteilt ist und Eintritt in ein Leben, das geeint ist. Alles, was in niederen Dingen geteilt ist, das wird vereint, wenn die Seele hinaufklimmt in ein Leben, in dem es keinen Gegensatz gibt. Wo Fleisch ist wie der Geist, wo Zerstreuung ist wie der Einheit, also wieder im Sinne von gegen, mit einem Leben, wo Zeit ist gegen Ewigkeit, da wirkt Gott nicht, er verträgt sich nicht damit. Vielmehr muss alle Lust und alles genügen und Freude und Wohlbehagen, das man hier auf Erden haben kann, das alles muss weg. Wer Gott loben will, der muss heilig und gesammelt sein und ein Geist sein und nirgends draußen sein. Vielmehr muss er ganz gleich emporgetragen sein in die Ewigkeit, hinauf über alle Dinge. Alles, was hier tot ist, das ist dort Leben, und alles, was hier stofflich ist, das ist dort in Gott Geist. Ganz so, wie wenn einer in ein reines Gefäß, das völlig lauter und rein wäre, reines Wasser göße, und es still hielte, und dann ein Mensch sein Antlitz darüber beugte, so sähe er es am Boden ganz so, wie es an sich selbst ist. Das kommt daher, weil das Wasser lauter und rein und still ist. Also sowas gibt es in den Zutters auch. Das zur Ruhe kommende Hindernisse, wo schlammiges Wasser klar und aufgewühltes Wasser ruhig wird. Genau dasselbe Bild. Und jetzt kommen eine Reihe Zitate aus einer seiner tiefsten und wahrscheinlich auch einer der letzten Predigten. Deshalb muss ich die Seele, in der die Geburt geschehen soll, ganz lauter halten und ganz adelig leben und ganz gesammelt und ganz innerlich, nicht auslaufen durch die fünf Sinne, in die Mannigfaltigkeit der Kreaturen, sondern ganz innen und gesammelt sein und im Lautersten. Da ist seine Stätte. Alles Mindere widerstrebt ihn. Es ist im Lautersten, das die Seele zu bieten hat, im Edelsten, im Grunde, ja, im Sein der Seele, das heißt, im Verborgensten der Seele. Dort schweigt das Mittel, denn da hinein kam nie eine Kreatur, noch ein Bild, noch kennt die Seele da wirken oder erkennen, noch weiß sie da von irgendeinem Bilde, sei es von sich selbst oder von irgendwelcher Kreatur. Alle Werke, alle Werke, die Seele wirkt, die wirkt sie mittels der Kräfte, was sie erkennt, das erkennt sie mit der Vernunft. Wenn sie etwas erinnert, so tut sie es mit dem Gedächtnis. Soll sie lieben, so tut sie es mit dem Willen. Und so also wirkt sie mittels der Kräfte und nicht mit dem Sein. All ihr Wirken nach draußen haftet immer an etwas Vermittelndem. Wenn die Kräfte der Seele in Berührung kommen mit der Kreatur, so entnehmen und schöpfen sie ein Bild und Gleichnis von der Kreatur und ziehen das in sich hinein. Dadurch erkennen sie die Kreatur. Näher vermag die Kreatur nicht in die Seele zu kommen. Und wiederum nähert sich die Seele niemals einer Kreatur, wenn sie nicht zuvor willig deren Bild in sich aufgenommen hat. Eben mittels dieses ihr gegenwärtigen Bildes nähert sie die Seele sich den Kreaturen. Denn Bild ist etwas, das die Seele mit ihren Kräften von den Dingen schöpft. Sei es nun ein Stein, ein Ross, ein Mensch oder was es auch sei, das sie erkennen will. So holt sie das Bild hervor, das sie vorher eingezogen hat. Und auf diese Weise kann sie sich mit jenem Erkenntnis Gegenstande vereinigen. Wenn aber der Mensch auf solche Weise ein Bild empfängt, so muss es notwendig von außen durch die Sinne einkommen. Darum ist der Seele nicht so unerkannt wie sie sich selber. So denn sagt ein Meister, die Seele könne von sich selbst kein Bild schöpfen oder abziehen. Darum kann sie sich selbst mit Nichts erkennen. Denn Bilder kommen immer nur durch die Sinne herein. Deshalb kann sie von sich selber kein Bild haben. Daher kennt sie alle anderen Dinge sich selbst aber nicht. Von keinem Ding weiß sie so wenig wie von sich selbst. Denn du musst wissen, dass sie innen frei und ledig ist von allen Vermittlungen und von allen Bildern. Und dies ist denn auch der Grund dafür, dass Gott sich unmittelbar frei, ohne Bild oder Gleichnis mit ihr vereinigen kann. Der Mensch braucht viele Mittel bei seinen äußeren Werken, ehe er die, so wie er sie in sich vorgestellt hat, hervorbringt. Dazu gehört viel Zurüstung des Werkstoffes. Die Sonne aber verrichtet in ihrer Meisterschaft ihr Werk, das Erleuchten gar schnell. Sobald sie Augenblick ist die Welt voll Licht an allen Enden. Noch darüber aber steht der Engel, der bedarf noch weniger Mittel bei seinen Werken und hat auch weniger Bilder. Der allerhöchste Seraphim hat nicht mehr als ein Bild. Was alle, die unter ihm sind, in Mannigfaltigkeit erfassen, das erfasst er alles in einem. Gott aber bedarf überhaupt keines Bildes, noch hatte er irgendein Bild. Gott wird jedes Mittel, Bild oder Gleichnis. Fürwahr in ihrem Grunde, in den nie ein Bild hineinkam, sondern nur er selber mit seinem eigenen Sein. Keine Kreatur vermag das. Wie aber gebiert der Vater seinen Sohn in der Seele? Wie es die Kreaturen tun in Bildern und in Gleichnissen? Traum Nein. Ich weiß nicht, was Traum bedeutet, also wahrscheinlich Gottes Willen oder irgendwie sowas. Vielmehr ganz in der Weise, wie er in der Ewigkeit gebiert. Nicht minder und nicht mehr. Nun denn, wie gebiert er ihn da? Gebt Acht. Seht, Gott der Vater hat eine vollkommene Einsicht in sich selbst und ein abgründiges volles Erkennen seiner Selbst durch sich selbst, nicht durch irgendein Bild. So denn gebiert Gott der Vater seinen Sohn in wahrer Einheit. Seht, in der gleichen und in keiner anderen Weise gebiert Gott der Vater seinen Sohn in der Seele. Grunde und in ihrem Sein und vereinigt sich so mit ihr. Nun könntet ihr sagen, in der Seele seien doch von Natur aus nichts als Bilder. Nein, keinesfalls. Denn wäre das wahr, so würde die Seele nimmer selig. Die zweite Frage ist, was dem Menschen ans eigenen Tun beizutragen zugehöre, wodurch er erwirke und verdiene, dass diese Geburt in ihm geschehe und vollbracht werde. Ob es also nicht besser sei, dass der Mensch etwas an eigenem Bemühen dazu tue, etwa sich Gott vorstelle oder seine Gedanken auf ihn richte, oder aber, dass der Mensch sich in Schweigen halte, in Stille und Ruhe und Gott in sich sprechen und wirken lasse, selbst aber nur auf Gottes Werk in sich habe. Ich sage abermals, wie ich vorhin schon sagte, diese Ausführungen und dieses Verhalten betreffen nur gute und vollkommene Menschen, die aller Tugend Wesen an sich und in sich gezogen haben. zu mir gesprochen. Darum also, je mehr du alle deine Kräfte zur Einheit und in ein Vergessen aller Dinge und ihrer Bilder, die du je in dich hereingenommen hast, einzuziehen vermagst, und je mehr du dich von den Kreaturen und ihren Bildern entfernst, umso näher bist du diesen und umso empfänglicher. Könntest du aller Dinge völlig unwissend werden, so könntest du gar das Wissen die Motive, dass der Körper verschwindet in der Formlosigkeit, dass Bilder nicht mehr vorhanden sind, im tiefsten Grund des Seins, dass darunter es Ebenen gibt, wo wenig Bilder vorhanden sind, der höchste Seraphim hat nur noch ein Bild, in dem er alles umfasst, aber eben darüber liegt noch eine Seinsweise, in der keine Bilder mehr vorhanden sind und in der Geburt Gottes Sohn in der Seele stattfindet. Nun könntest du fragen, was wird denn Gott ohne Bild in diesem Grunde und in dem Sein? Das kann ich nicht wissen, weil die Kräfte nur in Bildern auffassen können, denn sie müssen alle Dinge jeweils in den eigentümlichen Bilder auffassen und erkennen. Nur das nicht erkennende Erkennen hält die Seele bei diesem Verweilen und treibt sie doch zum Nachjagen an. Wenn gleiches ein Unwissen heißen mag und ein Nichterkennen, so enthält es doch mehr als alles Wissen und Erkennen außerhalb seiner. Denn dieses Unwissen lockt und zieht dich fort von allen Wissensdingen und und über dies von dir selbst. Ähnliches habe ich auch bei Bernard von Clair Beau gefunden, ein anderer Mystiker, der von diesem unwissenden Wissen spricht. Anton Mann hat das auch. Dieses Wissen ohne zu wissen ist der Herzensweg, das Erfassen, dass alle Dinge verblassen sich ändern müssen. Wissen ohne zu wissen. Vermute, in beiden Fällen geht es darum, um ein Erkennen, was sich nicht mehr der Krücke des Konzeptebildens bedient, sondern ein unmittelbares Schauen, was eben nicht mehr von geistiger Ausuferung, von der Arbeit mit Konzepten, die ja letztendlich nur Symbole für die Wirklichkeit sein können, sich also dieser Dinge nicht mehr bedient. Wir hatten also hier den Menschen, der Werke tut, der seine Mittel zurüsten muss, der in der Zeit wirkt, Kaliko, Kausale. Der nächste Schritt war das Bild von der Sonne, die ihr Werk sofort tut, das Erleuchten, das Nichtzeitliche, sobald die Sonne da ist, ist es hell, konditional. Und dann eben der nächste Schritt ist die reine Form, der höchste Seraphim, der nur noch ein Bild hat, und dann die Formlosigkeit, die Völlige, der Daseinsgrund, den er eben mit Gott beschreibt. Damit kommen wir also jetzt zu Meister Eckehardts Gottbild, Seinserfahrung zu seiner Sichtweise, also dem Panya-Teil, Weisheit. Wie ich schon vorhin mal ganz kurz angesprochen habe, ich denke, dass Meister Eckehardts Relativierung von der Wichtigkeit von Ethik nicht darauf beruht, dass er irgendwie die weltliche falsche Ansicht hätte, sondern ich vermute, dass er einfach da einem gewissen Idealismus erliegt, den wir auch bei anderen Religionsgründern oder bei anderen Philosophen finden, zum Beispiel Krishnamurti sagt sowas auch, nicht praktizieren, seid doch einfach erleuchtet, wenn ihr euch abstrampelt, das ist ja dann doch wieder eine Anhaftung, lasst das einfach alles los, der Buddha war da schon pragmatischer, ich meine es gibt Leute, die werden einfach geboren, die haben ganz andere Voraussetzungen, Samadhi zu erlangen, Weisheit zu erlangen, aber der Buddha in seinem unermesslichen Mitgefühl hat halt auch an uns normalos gedacht und auf einen Weg aufgezeigt, wo halt jeder irgendwie, egal wo er gerade ist, einsteigen kann. Und Sila gehört immer dazu. Für den, der noch kein Aria ist, in dem er sich immer wieder vor Augen hält, dass ohne Sila das nur ein Bach untergehen kann und derjenige, der schon Aria ist, der hat es direkt erfahren, dass heilsames Verhalten ihn auf dem Weg voranbringt. Interessant auch, wie Meister Eckehardt mit dem Paradox des Christentums umgeht, also Paradox hat es der Philosoph und Christ Sören Kierkegaard genannt, das Paradox, an dem die Christen gekreuzigt sind, nämlich das Kreuz von einem zeitlichen Gott und einem ewigen Gott. Denn im Grunde ist das ein völliges Unding, dass Gott jenseits der Zeit sein kann, ewig ist, unendlich ist, allmächtig ist und gleichzeitig sich um jeden kleinen Kram kümmert. Wie es Janis Joplin so schön ausgedrückt hat, lieber Gott, schick mir einen Mercedes-Benz. Meine Freunde haben alle Porsche. Ich glaube, einen Mercedes haben. Ich habe mal einen Aufkleber gesehen, ich habe Gott so lieb, dass ich ihn Papi nenne. Also dieses Paradox, dass man einerseits sagt, Gott ist ewig, ist zeitlos, aber er kümmert sich wirklich um jedes kleine bisschen, was hier auf Erden vorgeht. Das hat der ehrwürdige Janavira gesagt, also diese Vorstellung ist wie den Kuchen zu behalten und gleichzeitig zu essen. Und er hat dann gesagt, ist gleiche wie Gott zu haben und gleichzeitig zu essen mit Anspielung auf das Abendmahl natürlich. Und er hat gesagt, diese Vorstellung ist eine Droge, die stärker ist als Morphium, mit der man sich bedröhnen kann. Aber dieses Paradox, von dem der Philosoph Kierkegaard sagt, gerade weil es so paradox ist, deswegen glaube ich es. Weil ich kann es niemals denkerisch erfahren, ich kann es niemals beweisen, ich kann es niemals überhaupt erfahren, weil es einfach ein völliger Widerspruch ist. Deswegen muss ich es glauben, weil es die einzige Möglichkeit überhaupt damit umzugehen. Und eben mit dieser Kraft des Glaubens ist eben anscheinend das Heil zu gewinnen. Weiß ich nicht. Aber Meister Eckhart löst dieses Paradox, indem er sagt, die Trinität, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist so, dieser bildlose, ohne dies, ohne Begrenzung, ewige Urgrund des Seins, ist Gott, Vater. Wenn ich mich von den Dingen, von den zeitlichen Dingen abwende, wenn ich mich praktisch der Herzenssammlung widme, wenn ich mich von Werken abwende, von dem, was über die Sinne reinkommt, wie wir gerade gehört haben, dann begegne ich diesem Gott und dann gebiert Gott seinen Sohn in mir, in der Seele. Und er geht sogar noch weiter und sagt, Gott muss, er hat überhaupt keine andere Wahl als seinen Sohn dann in mir zu gebären. Das heißt, dieses Erleben von Zeitlosigkeit, von Grenzenlosigkeit, von Urgrund wird im Menschen, der ja ein begrenztes Leben hat, zeitlich. Das ist die Geburt von Gottes Sohn. Das Erfahren von Vater Gott ist die Geburt von Sohn Gott. So schreibt er es immer wieder, kommt in vielen seiner Predigten vor. Und diese Erfahrung drückt sich dann aus in der Handlung, die auf diesem Erleuchtungserlebnis beruht. Und diese Handlung ist eine Handlung der Liebe, ohne Unterschiede zu machen, weil ich habe erfahren, Unterschiede sind nur Schall und Rauch, das ist nur Illusion, drückt sich aus in Liebe und das ist der Heilige Geist. Also das ist so, jetzt mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, das Gottbild von Meister Eckhardt. Riecht schon ein bisschen nach Scheiterhaufen, ein bisschen brenzlig. Und da lese ich dann auch ein Zitat dazu. In Gott sind alle Dinge, aller Dinge, Urbilder gleich. Aber sie sind ungleicher Dinge, Urbilder. Der höchste Engel und die Seele und die Mücke haben ein gleiches Urbild in Gott. Gott ist weder Sein noch Gutheit. Gutheit haftet am Sein und reicht nicht weiter als das Sein. Denn gäbe es kein Sein, so gäbe es keine Gutheit. Und das Sein ist noch lauterer als die Gutheit. Gott ist nicht gut, noch besser, noch allerbest. Wer da sagte, Gott sei gut, der täte ihm ebenso Unrecht, als wenn er die Sonne schwarz nennen würde. Gott, der ohne Namen ist, er hat keinen Namen, ist unaussprechlich und die Seele ist in ihrem Grunde ebenfalls unaussprechlich, so wie er unaussprechlich ist. Die Weisen der Upanishaden sagen Neti Neti, das ist nicht, er ist nicht das, er ist nicht das, also eine Verneinung. Und er abstrahiert seine Vorstellung von Gott sogar noch weiter, indem er sagt, die Eigenschaft von dem Eigenschaftslosen ist, die Gottheid. Gott wird Gott, wo alle Kreaturen Gott aussprechen. Da wird Gott. Als ich noch im Grunde, im Boden, im Strom und Quell der Gottheid stand, da fragte mich niemand, wohin ich wollte oder was ich täte. Da war niemand, der mich gefragt hätte. Als ich aber ausfloss, da sprachen alle Kreaturen Gott. fragte man mich, Bruder Eckhart, wann ging dir aus dem Hause? Dann bin ich drin gewesen. So also reden alle Kreaturen von Gott. Und warum reden sie nicht von der Gottheid? Alles das, was in der Gottheid ist, das ist eins. Und davon kann man nicht reden. Gott wirkt. Die Gottheid wirkt nicht. Sie hat auch nichts zu wirken, in ihr ist kein Werk. Und sie hat niemals nach einem Werke ausgelugt. Gott und Gottheid sind unterschieden durch wirken und nicht wirken. Wenn ich zurückkomme in Gott und dann dort, das heißt bei Gott, nicht stehen bleibe, so ist mein Durchbrechen viel edler als mein Ausfluss. Ich allein bringe alle Kreaturen aus ihrem geistigen Sein in meine Vernunft, auf das sie in mir eins sind. Wenn ich in den Grund, in den Boden, in den Strom und in die Quelle der Gottheit komme, so fragt mich niemand, woher ich komme oder wo ich gewesen sei. Dort hat mich niemand vermisst, dort entwird Gott. Wer diese Predigt verstanden hat, dem vergönne ich sie wohl. Wäre hier niemand gewesen, ich hätte sie diesem Opferstocke predigen müssen. Also er hat auch einen subtilen Sinn für Humor gehabt. Ja, was ist denn das, was Gott wirkt, was im Gegensatz zu Gott heilt. Die Geburt, das es Gottes Job ist, seinen Sohn zu gebären. Gott wird Gott erst durch die Kreatur. Er wird zu Gott dadurch als ewiges Du, als ewiger Gegenüber. Meister Eckhardt spricht oft von der wahren Armut im Geiste, vom Nichtswissen, vom Nichts haben, von Gottes ledig sein, vom Eins werden mit dem Du. Von diesem Verschmelzen. Nichtswissen, keine Konzepte, keine Erfahrung, die irgendwie intellektuell abläuft, sondern einfach durch den Geist auf diesen Urgrund ausrichten. Wo der Mensch noch Städte in sich behält, da behält er noch Unterschiedenheit. Darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache. Denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott, sofern wir Gott als Beginn der Kreaturen auffassen. In jenem Sein Gottes nämlich, wo Gott über allem Sein und über aller Unterschiedenheit ist, dort war ich selber. Da wollte ich mich selber und erkannte mich selber, diesen Menschen mich zu schaffen. Und darum bin ich Ursache meiner Selbst, meinem Sein nach, das ewig ist, nicht aber meinem Werden nach, das zeitlich ist. Und darum bin ich ungeboren und nach der Weise meiner Ungeborenheit kann ich niemals sterben. Nach der Weise meiner Ungeborenheit bin ich ewig gewesen und bin ich jetzt und werde ich ewiglich bleiben. Was ich meiner Geborenheit nach bin, das wird sterben und zunichte werden, denn es ist sterblich. Darum muss es mit der Zeit verderben. In meiner ewigen Geburt wurden alle Dinge geboren und ich war Ursache meiner selbst und aller Dinge und hätte ich gewollt, so wäre weder ich noch wären alle Dinge. Wäre aber ich nicht, so wäre auch Gott nicht. Dass Gott Gott ist, dafür bin ich die Ursache. Wäre ich nicht, so wäre Gott nicht Gott. Und dann sagt er wieder, dies zu wissen ist nicht Not. Ja, das klingt jetzt schon irgendwie ziemlich nach Buddha Lehre. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass bei den zunehmenden Stufen des Samadhi ja jeweils die nächste Stufe immer die Ewigkeit ist. Also wenn er von Ungeborenheit spricht, aber gleichzeitig von seinem Sein spricht, was zeitlos ist, was ewig ist, da setze ich ein bisschen ratlos da. Aber es ist auf jeden Fall eine tiefe Erkenntnis dafür, dass Gott Gott ist, dafür bin ich die Ursache. Hat er Einsicht gehabt, dass der Besitz durch die Vereinnahmung entsteht? Er hat viele Aussagen, die nibbanisch klingen, wo man sich fragt, geht es jetzt wirklich um das höchste Ziel wie im Buddhismus oder geht es um den Kontakt mit dem wahren Selbst, mit dem wahren Sein, mit dem Urgrund, mit dem Tautropfen im Ozean. Er hat so Äußerungen wie spricht von der Kraft in der Seele, die vom Sein löst. Er spricht von Gutheit, die den Guten gebiert. Das klingt so ähnlich wie Nibana als Ursache für Befreiung aus M44. Der Gerechte sucht nichts mit seinen Werken, die um eines Warum Willen wirken, sind Knechte. Gott ist alles, ist eins und ist die Seele. Eins dagegen ist das Verneinen des Verneinens und ein Verleugnen des Verleugnens. Was meint eins? Eins meint das, dem nichts zugelegt ist. Die Seele nimmt die Gottheit, wie sie in sich selbst geläutert ist, wo ihr nichts zugelegt ist, wo nichts hinzugedacht ist. Eins ist ein Verneinen des Verneinens. Alle Kreaturen tragen eine Verneinung in sich. Die eine verneint, die andere zu sein. Ein Engel verneint, dass er ein anderer Engel sei. Gott aber hat ein Verneinen des Verneinens. Er ist eins und verneint alles andere, denn nichts ist außerhalb Gottes. Alle Kreaturen sind in Gott und sind seine eigene Gottheit und das bedeutet die Fülle, wie ich oben sagte. Er ist ein Vater der ganzen Gottheit. Ich sage deshalb eine Gottheit, weil dort noch nichts ausfließt und nichts berührt und nichts gedacht wird. Darin, dass ich Gott etwas abspreche, spreche ich Gott zum Beispiel die Gutheit ab. In Wahrheit kann ich natürlich Gott gar nichts absprechen. Darin also, dass ich Gott etwas abspreche, erfasse ich etwas, was er nicht ist. Eben das nun muss hinweg. Gott ist eins, er ist ein Verneinen des Verneinens. Genialer Text. So, Meister Eckhards Erleuchtung. Er hat auf jeden Fall verstanden, verstanden, dass Einswerdung dieses Abkehren von der Abgrenzung eine Erlösung ist. Wir haben auch in der Buddha-Lehre von Demoka gesprochen, von Samaya Vimuthi gesprochen, von zeitweiliger Befreiung. Wir haben die Praxis der Brahma Viharas, Metta. In dem Moment, wo wir voller Liebe sind, haben wir kein Leid, weil wir uns von nichts abgrenzen, weil wir alles annehmen. Wir nehmen andere Menschen an, wir nehmen alle unsere Erfahrungen an in dem Moment, wenn wir wirklich im Metta absorbiert sind. Wenn wir in Samadhi sind, haben wir auch kein Leid. Das ist nur angenehme Vedana oder Gleichmut, gar keine, also nur Neutrales. Er hat Grenzen abgebaut, er hat liebende Güte entwickelt, er hat Anhaftung an die Sinneswelt abgebaut, er hat Selbst Anhaftung an Einbild, an Form überhaupt abgebaut. Wenn es dabei bleibt, ist eine Wiedergeburt mit 84.000 Äonen langer Lebensspanne unter Umständen möglich. Meister Eckhardt hat sicherlich keine falsche Ansicht gehabt, im Sinne von einer Nicht-Ursächlichkeit. Der Erlöser-Gedanke, ich meine, das ist natürlich mit dem Protestantismus erst so richtig populär geworden, das war ja vor, also nach seiner Zeit, aber es steht ja schon in der Bibel drin, also ich meine, Paulus war ja in seiner Bibel auch drin gestanden, aber von die Erlöser-Himmelfahrt sei hier sagen, kein Wort, nirgendwo, habe ich nirgendwo gefunden in seinen Schriften. Aber er bejaht ein Sein, ein wahres, tiefstes Selbst und Geburt taucht in jeder zweiten Predigt auf, das Motiv der Geburt. Dieses etwas Werden, auch wenn dieses Werden grenzenlos ist, auch wenn dieses Werden kein Bild hat, keine Eigenschaft hat. Sein Weg ist der Weg des Loslassens vom groben Ich, das, was ich über Gedanken, über Konzepte, über Materie definiert, auf jeden Fall. Und halt dieses Tautropfen im Ozean Werden, was wir auch in anderen Traditionen finden. Ein paar andere Zitate vorlesen, die Ähnliches ausdrücken. Wenn die Welt verschwunden ist, ergibt sich die Erkenntnis des Selbst, welches der Sehende ist. Wenn der Geist still und bewegungslos geworden ist, verschwindet die Welt. Wenn der Geist im Herzen ruht, gibt es kein Ich, keine Gedanken, nur das ewige Strahlen der Selbst. Ego und Atem haben denselben Ursprung, daher ist der Atem still, sobald der Geist bewegungslos wird. Vierter Vertiefung In Wahrheit existiert nichts als das Selbst, die Seele. Die Seele selbst ist die Welt, ich und Gott in einem. Alles ist die Seele. Die Welt sollte als Traum betrachtet werden. Wenn sich der Geist nach außen wendet, erfährt er Leid. Die Weigerung, etwas anderes als die Seele zu suchen, ist nicht Anhaftung. Oba sein. Die Weigerung, etwas anderes als die Seele zu suchen, ist nicht an Haftung. Ist nicht buddhistisch. Oba Upanishaden? Heiß? Heiß? Also nicht Upanishaden, aber eine Tradition, die sich auf die Upanishaden hat. Die Weigerasen sind Advaita Vedanta, das ist von Sri Ramana heißt. Das empfinde ich als zwar anders ausgedrückt, aber sehe ich gewisse Parallelen da. Samadhi ohne richtige Anschauung kann die Anhaftung an einen selbst sogar noch verstärken. Von wem war der geistig nach außen? Ist auch von Sri Ramana. Ich weiß, dass du da jetzt warum du jetzt da einhakst, weil etwas ähnliches gibt es von Lung Pudun auch. Allerdings Worte sind tückisch. Aber ich wollte noch ein Zitat von Lung Dama Habua vorlesen, der genau da seinen Finger drauf legt. Eine Phase, wo viele der Meister der Wald Tradition durchgegangen sind, die nämlich auch tiefe Samadhi, tiefe Sammlungen hatten, die jetzt nicht unbedingt eine Seele gesucht haben oder irgendwas, aber die irgendwie einen Endpunkt gefunden haben. Einen Endpunkt der absoluten Ruhe. Da juckt nichts mehr, da tut nichts mehr weh, da ist nur noch Glücks erleben, fühlt sich so an, als ob es nichts mehr zu tun gibt. Und die Leute hat Lung Buman immer aufgerüttelt und Lung Dam Harua hat dazu gesagt, wo je ein stiller Punkt sich findet, ein Mittelpunkt, in dem der weiß, sich Dasein stets an Dasein bindet, der Keim wächst im Geburtenkreis. Das ist ein Keim für Wiedergeburt. Es ist zwar kein grobes Leiden da, aber aus dem wird sich das weiterentwickeln. Selbst wenn der Punkt noch so subtil ist, wenn der noch so still ist, wenn wir einen Mittelpunkt haben, wo wir sagen, da bin ich jetzt angekommen, da kann es eben daraus weiter wachsen, ein Keim. Die Buddha-Lehre sagt zu diesen formlosen Erreichungszuständen, sie sind konditioniert, sie sind ein Stachel, sie sind ein Geschwür. Das ist ein heftiger Tobak, da muss man jetzt erstmal hinkommen. Das Problem möchte ich erstmal haben, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, bei diesem Mittelpunkt zu sein. Und dann hat man endlich einen Punkt gefunden, wo nichts mehr wehtut, und dann soll wir den als einen Stachel und einen Geschwür betrachten. Wenn es gelingt, wird diese Form des Verweilens im Samadhi ohne Form oder mit Form ist egal, zu einem, der was als die Elftore zur Befreiung genannt wird. Das ist eins der Elftore zur Befreiung. Wenn es nicht gelingt, führt es zur Wiedergeburt in diesen Daseinsbereichen. Das kommt in der Lehrrede M26 schön vor und noch in einer anderen, wo der Buddha sagt, er war, bevor er ein Buddha wurde, bei zwei Lehrern, die sowas gelehrt haben. Die haben gesagt, die formlosen Bereiche, zwei unterschiedliche, das ist das Ziel, da bist du dann angekommen. Und er hat gesagt, dies führt nicht zur Ernüchterung, nicht zum Loslassen, nicht zu Nibbana, sondern nur zur Wiedergeburt in diesen langlebigen leidfreien, aber eben nicht für immer leidfreien, nicht für immer andauernden Daseinsbereichen. Das Loslassen muss ein Loslassen von Sankara sein, von Bedingungen, von Vereinnahmung, nicht von Dingen. Dinge loszulassen, die Sinne, Bilder, Gott, die Welt, das haben viele probiert. Wäre es nicht, so wäre es nicht mein, dann wäre es kein Problem. Das ist dieser Übungskorn, der in Lehrreden ein paar Mal vom Buddha analysiert wird und der sagt, ob das zur Befreiung führt oder nicht, kommt drauf an. Sich von den Dingen abwenden kann zur Befreiung führen, wenn ich verstehe, dass ich mich von dem Anhaften an diesen Dingen loswenden muss. Nicht von den Dingen selber. Da ist nichts Schlechtes an den Dingen. Es ist nur schlecht, dass sie Sankara sind, dass sie Bedingungen dafür sind, dass ich an meinem Ich als Erlebender, als Besitzer dieser Dinge festhalte. Oder wie die Kobachans sagen, wenn wir die Sankaras in unser Herz nehmen, werden sie zu Dhamma, dann werden sie zu Dingen, die aber keine Bedingungen mehr dafür da sind, dass ich im Leiden weiterkreise. Das ist das Thema der ersten Lehrrede in der mittleren Sammlung. Der Weltling nimmt die Elemente wahr, er nimmt die Himmelswesen wahr, er nimmt Dharma wahr, die höheren Daseins Bereiche noch, die formlosen Bereiche, er nimmt Einheit wahr, Vielheit, alles, er nimmt Einheit als Einheit wahr, nachdem er Einheit als Einheit wahrgenommen hat, stellt er sich Einheit vor, er macht sich Vorstellungen in Einheit, er macht sich Vorstellungen von Einheit ausgehend, er stellt sich vor, Einheit ist mein, er ergötzt sich an Einheit. Warum ist das so? Weil er es nicht vollständig durchschaut hat. Und das sagt der Buddha, das ist eine sehr lange Lehrrede, zu all diesen Dingen, Einheit, Vielheit, alles, Gott und die Welt, völlig egal, solange ich mir da noch Vorstellungen mache, das ist mein, ist in meinem Erleben und es beweist daher, dass ich das der Erleber bin, hinter diesen Dingen, solange ergötzt man sich daran, weil man es nicht durchschaut hat. Der in höherer Schulung hat es unmittelbar erkannt und er weiß, er sollte sich nicht daran ergötzen. Er macht es noch, aber er weiß, es ist seine Übung, das abzubauen. Aber er weiß schon, worum es überhaupt geht, was die Arbeit überhaupt ist. Und warum ist das so? damit er es vollständig durchschauen möge. Und der Arahant, der macht sich da keine Vorstellung mehr, der hat die Arbeit erledigt. Der Wunsch des Weltlings ist anzukommen. Sartre hat immer gesagt, oder nicht immer, er hat es in unserem Buch geschrieben, das Verlangen nach Ewigkeit ist nicht das Verlangen nach Unendlichkeit der Dauer, sondern es ist das Verlangen danach, endlich irgendwo angekommen zu sein. Bei den Dingen, die sich ständig um uns verändern, mit einer irrsinnigen Frequenz, unsere Gedanken, alles was hier ständig kaputt geht, wo der Putz rieselt und so weiter, die Lampen ausfallen, wo soll man denn da ankommen? Aber in einem Samadhi-Leben, wo nur Ruhe herrscht, wo keine Merkmale da sind, wo keine Unterscheidung mehr stattfindet, da kann ich eher sagen, da bin ich jetzt angekommen. Und da kann ich genauso daran festhalten. Und der Buddha sagt, auch das beweist nicht, dass da ein Erleber hinter dem Erleben ist. Viele der Mystiker sind angekommen, weil sie kein Entkommen, nichts Höheres erkannt haben. Ob Meister Ecker heute dazugehört, wage ich nicht zu beurteilen, aber das, wie ich eingangs sagte, darum sollte es auch in diesem Vortrag nicht gehen, sondern einfach mal klar zu machen, worum es in der Buddha-Lehre geht. Der Buddha hat nicht gesagt, es geht darum, schlechte Orte loszulassen und gegen bessere einzutauschen, sondern den Wunsch irgendwo anzukommen. Keine Antwort auf die Suche zu finden, sondern die Suche als überflüssig zu erkennen. Egal, ob es um Einheit geht oder Vielheit oder um alles oder um nichts oder um alles ist eins oder alles ist nichts oder Vielheit ist nichts, solange es noch mein Erleben ist, wird es früher oder später in Leiden finden, Gründen. Wenn ich es als nicht mein, nicht mein Selbst sehen kann, ist es der Weg zur Freiheit. Vielleicht zum Schluss nochmal um wieder ins Historische zurückzugleiten, eine kurze Zusammenfassung der Verurteilungsschrift von Papst Johannes dem 22. Also die Bulle, sagt man da, sein Urteil wegen Gotteslästerung und Ketzerei. 26 Punkte, die sie aus seinem Werk rausgeschnitten haben und die sich in folgende Kategorien einteilen lassen. Gott ist zeitlos, Akaliko, Gott ist jenseits von Gut und Böse, Absichtslosigkeit ist Heiligkeit, die Seele ist Gott gleich, Gott steckt nicht im Äußerlichen, ich bin Gottes Sohn, Gott ist eins, die Kreatur ist nichtig. Könnte man als Buddhist alles unterschreiben, ersetzt das Wort Gott durch Damma, Damma ist zeitlos, Gott ist jenseits von Gut und Böse, könnten wir uns mit Ant freuen, aber ich muss euch warnen, denn dieser Urteil Spruch ist nicht widerrufen worden, der ist noch gültig. Und es steht im Anhang, nicht nur der Meister selber wurde verurteilt, sondern auch alle, die seine Ideen gut finden, sind wie Ketzer, sind Ketzer und als solche zu behandeln. Könnte man mal anrufen? Bis heute. Bis heute. Könnte man bei der Kirche mal anrufen und fragen, was die derzeitige Behandlung für Ketzer ist? Eine kleine ketzerische Bemerkung von mir. Das kann dir nicht mehr passieren, heute schmeißen sie dich nur noch raus. Ah ja. Also Frieden unter den Religionen ist sicherlich ein hohes Ziel und andere zu verstehen und sich mit anderen auseinander zu setzen und zu beschäftigen. Was wir nicht tun sollten ist Synkretismus und sagen es ist eh alles eins. Es ist nicht alles eins. Und der Buddha sagt auch es geht gar nicht darum dass alles eins ist. Denn selbst wenn alles eins wäre solange wir es noch zu meinen machen ist es immer noch die Quelle von Leiden. Es geht nicht darum ein Tautropfen im Ozean zu werden sondern es geht um die Stillung der Gestaltungen es geht um das Ende der Vereinnahmung. Die Frage die ich also nicht nach wie vor weigere zu beantworten aber ich hoffe dass der Vortrag trotzdem ein bisschen interessant war ist also nicht war Meister Ecke hat spirituelle Höhe hoch genug im Sinne seiner Herzensfähigkeit davon kann ich wahrscheinlich nur träumen da hinzukommen sondern die Frage ist war es richtig genug war es Samadhiti oder nicht Sariputta fragt nein der Mahakotita fragt den Sariputta die unermissliche Gemütsbefreiung die Gemütsbefreiung durch Nichtsheit die Gemütsbefreiung durch Leerheit und die merkmallose Gemütsbefreiung ist das das gleiche oder sind es verschiedene Zustände mit verschiedenen Kennzeichen oder sind sie eins nur mit verschiedenen Kennzeichen und die Antwort auf eine Weise sind sie eins und auf die andere Weise sind sie verschieden auf welche Weise sind sie verschieden beschreibt er zuerst die unermessliche Gemütsbefreiung der verweilt einer indem er eine Himmelsrichtung mit einem Gemüt durchdringt das von liebender Güte erfüllt ist ebenso die zweite dritte vierte Himmelsrichtung nach oben unten in alle Richtungen überall hin zu allen wie zu sich selbst verweilt er indem er die allumfassende Welt mit einem Gemüt durchdringt das verblieben der Güte erfüllt ist unerschöpf unerschöpflich er unerschöpflich ohne Feindsäglichkeit und ohne Übelwollen Meta ist eine Gemütsbefreiung dies wird unermessliche Gemütsbefreiung genannt Gemütsbefreiung durch Nichtsheit mit dem völligen Überwinden des Gebiets der Bewusstseins Unendlichkeit in dem er sich vergegenwärtigt da ist nichts tritt er in das Gebiet der Nichtsheit ein und Verwalteren Formlosigkeit was ich also Meister Eckart unterstelle dass er das drauf hatte Befreiung durch Leerheit da erwägt einer der in den Wald zum Fuß eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist dies ist leer von einem selbst oder von etwas das einem selbst gehört und die merkmallose Befreiung unter Nichtbeachtung aller Merkmale tritt ein Biko in die merkmallose Konzentration des Gemüts ein und Verwalteren also wie wir letzten Samstag gesagt haben Samadhi hat viele Gesichter gibt viele Arten von Samadhi aber auf welche Weise sind diese Zustände eins er hat jetzt erst die Unterschiede beschrieben Metta erst weit und dann tief und Nichtsheit erst tief und dann weit Gier legt Maßstäbe an Hass legt Maßstäbe an Verblendung legt Maßstäbe an in einem dessen Triebe vernichtet sind sind diese aufgegeben an der Wurzel abgeschnitten einem Palmstumpf gleichgemacht beseitigt so dass sie künftigem Entstehen nicht mehr unterworfen sind von allen Arten der unermesslichen Gemütsbefreiung wird die unerschütterliche Gemütsbefreiung als die beste hervorgehoben jene jene unerschütterliche Gemütsbefreiung aber ist leer von Gier leer von Hass leer von Verblendung muss ich vielleicht auch ein bisschen erklären Gier Hass und Verblendung legt Maßstäbe an Meta ist etwas was Maßstäbe überwindet der ist mein Freund den mag ich wie Meister Eckhardt auch gesagt hat das ist keine Liebe das ist ein Handel aber Meta in dem Sinne legt keine Maßstäbe an und es gibt ja auch die schöne Lehrrede wo der Jivaka dem Buddha sagt ja Buddha ist ein Zeuge dafür dass Brahma Verkörperung von Meta ist von Gegender Güte da sagt der Buddha ich gestehe dir das nur zu wenn du sagst wenn du damit meinst dass der Tathagata keine Gier und keine Verblendung mehr hat also nicht mehr rückfällig werden kann das heißt wieder dazu kommt Maßstäbe an dazu ist deswegen ist seine Meta Befreiung die unerschütterliche unumkehrliche wie bei der Palme wo die die Krone abgeschnitten ist die nicht mehr weiter wachsen kann das gleiche sagt er bei der Befreiung von Nichtsheit Nichtsheit ist auch bei einem der noch keinerlei Hand ist ein leidfreier Zustand aber Gier ist ein Etwas Hass ist ein Etwas Verblendung ist ein Etwas in einem dessen Triebe vernichtet sind sind sie an der Wurzel abgeschnitten können also nicht mehr künftig entstehen von allen Arten der Herzensbefreiung durch Nichtsheit wird die unerschütterliche als die beste hervorgehoben und sie ist leer von Gierhass und Verblendung das heißt auch bei dem können zwar wieder der Zustand der Nichtsheit aufhören aber aber es ist nichts mehr da was diese Merkmale schafft diese Merkmale auf die wir achten bei der Sinneskontrolle zum Beispiel Gierhass und Verblendung die uns in Reaktionen von haben wollen und nicht haben wollen schicken und dadurch wieder in leidvolle Zustände und das gleiche sagt er über die merkmallose Herzensbefreiung Gier schafft Merkmale Hass schafft Merkmale Verblendung schafft Merkmale bei allem wo die vernichtet sind die Triebe Verblendung mehr daher auch nie mehr diese Merkmale die zu Unterscheidung führen die zum Leiden führen so ein paar tiefe Gedanken zum Schluss und ganz zum Schluss nochmal ein köstlicher Satz von Meister Eckhardt Wer diese Rede nicht versteht der bekümmere sein Herz nicht damit denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleicht solange wird er diese Rede nicht verstehen imam arahang sammasambudu bhagavah mundham bhagavantam apiwari swakatum bhagavata dhammo naman namasam verset her das johann sch her johann ja johann